Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Und da ist das erste Tor im Sachsen-Anhalt-Duell Torschütze für den HFC mit der Nummer 9 Till Burgholz Torschütze für funk, 2017 Bewege, 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 komm, komm, komm Und es geht Schlag auf Schlag, das 2 zu 0 für den HFC Torschütze Mit der Nummer 7, Jan Griebe Bewege, 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 bewege Auspassung Auspassung Wow, und da ist der Anschlusstreffer Großer Jubel Torschütze mit der Nummer 10 Tim Schade Ja, und für das nächste Spiel machen sich bereit die Teams von Halle 96 und Hansa Rostock Und da ist das erste Tor im Sachsen-Anhalt-Torschütze Und da ist das erste Tor im Sachsen-Anhalt-Torschütze несar Er steht der Katz-Anhalt-Torschütze Mit der Katz-Anhalt-Torschütze Und da ist ein Endel caut Mauert All die Manchel! Cover! Torf! 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 Heiß! und die blauen schlagen sich wirklich wacker zweieinhalb minuten vor schluss 2 zu 1 das spiel könnte enger nicht sein da war sie die ausgleichschance jetzt noch mal ein standard wo die roten wackeln ja 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 und die letzte spiel minute läuft ja 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 Ah, toller Kampf des MSV, wird leider nicht ganz belohnt. Tolles Spiel, Jungs.